Beide Schicksale sind gleich. Sie schweben in Gefahr. Beide Opfer haben die seltene Blutgruppe P und wir haben keine Konserven. Wenn wir die beiden nicht in den nächsten acht Stunden operieren, sieht es schlecht aus. Soweit ich weiß, gibt es in ganz Singapur nur zehn Personen, die diese Blutgruppe haben. Meine Freundin hat die gleiche Blutgruppe, oder? Wer kriegt es zuerst? Wenn die Uhr tickt, gilt auf den Straßen von Singapur kein Gesetz der Welt. Ein Gangster. Ein Kopf. Zwölf Stunden Terror. Nehmen Sie mir die Spenderliste. Sie wissen nicht, was Sie tun. Ich will meine Freundin retten. Im Rahmen der Gesetze? Karakiri ist die einzige Möglichkeit, unsere Mission erfolgreich zu beenden. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir zusammenarbeiten sollten. Andy Lau, Alan Tamm und Eric Zahn. Hard Boils 3. The Last Blood. The Last Blood. The Last Blood. Untertitelung des ZDF, 2020